Ich glaube, das Spannende an der Initiative wie Klimapartner 2020 ist, dass branchenübergreifend sich einem Thema genähert wird. Und dass etwas, was eine Firma aus zum Beispiel Mitteldeutschland herausfindet, genauso für einen Fischereibetrieb an der Nordsee Sinn machen kann oder einen Bauern in Süddeutschland. Und das, glaube ich, ist Spannende daran, dass man gemeinsam an einem Thema arbeitet, dass man sich austauscht und dass man über Innovationen, über Wettbewerbsvorteile sich einer Thematik nähert und nicht über Angst vor der Zukunft.